Das macht dann 10,45 Euro. Was? Nein, 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 nein. Das ist reduziert, das steht auch da drüben auf dem Schild. Oh, paar Schritte zurück. Oh mein Gott, ihr Mund. Stinkt. Das ist krass. Back the fuck up. Entschuldigung? Was hast du gesagt? Was? Warum sind wir hier so laut? Ist hier los? Okay, und wer sind Sie? Ich bin der Boss, okay? Ach, das trifft sich ja gut. Dann können Sie ja einen kleinen Mitarbeiter sagen. Oh, riechst du das? Was ist das? Mh, Kaka. Das ist ihr Mund. Ihr Mund ist das. Das ist krass. Ihr Mund. Back the fuck up, Fräulein. Was ist denn hier? Zurück. Nee, das war's. Ich gehe nie wieder einkaufen. Entschuldigung, Entschuldigung. Sie haben Ihre Zahnpasta doch vergessen. Ich habe aber gar keine Zahnpasta gekauft. Das riecht, Mann.